15! Was darf man eigentlich mit 15? Du darfst mit 15 den Moped bzw. Rollerführerschein machen und damit auch fahren. Du darfst nun richtig Kohle machen und in den Ferien 4 Wochen a 8 Stunden arbeiten, also schon mehr gearbeitet als so mancher Politiker im Bundestag. Ab 15 kann es bei entsprechender Einsichtsfähigkeit so sein, dass die Ärzte die Eltern nicht mehr über jede Behandlung informieren müssen. Ab 15 kannst du auch schon diverse Sozialleistungen beantragen und entgegennehmen. Und dein Taschengeld sollte einer Empfehlung zufolge 31 bis 36 Euro betragen, wobei liebende Eltern wichtiger sind. Tja, man ist schon ziemlich cool mit